So Leute, was geht ab? Mein Name ist Charlie und ihr habt schon wieder auf ein Video von mir geklickt. Was ist denn verdammte Scheiße nochmal los mit euch? Ja, ich weiß, die Face Game ist heute mal ein bisschen anders und ich hoffe mal, das geht so klar. Ich finde das eigentlich so ganz chillig, wenn ihr mich auch von vorne seht. Und ihr könnt erst mal in die Kommentare schreiben. Ich denke mir, werdet ihr alle schreiben, dass ich hässlich bin und die Face Game Liebe ausmachen soll. Aber das ist schon in Ordnung, denn ich habe ja schließlich Instagram-Fame. Huch. Hä, sind die Gegner alle shit oder was? Ach komm. Und ja, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, wie man beim Führerschein fehlt 1.0. Denn ich hatte am Dienstag meine BE-Führerschein-Prüfung, also Auto mit Anhänger quasi. Und diese habe ich bestanden. Ja, ich habe meine letzte Fahrerprüfung bestanden und bin extrem glücklich darüber. Allerdings war es so, dass ich vor einem halben Jahr oder so in Theorie, beziehungsweise ich habe einen bestanden und einen verkackt. Also, ihr müsst wissen, ich habe drei Führerscheine insgesamt gemacht. Einmal A1, also kleines Motorrad quasi. Dann BE, ganz normal Auto. Und BE, Auto mit Anhänger. Und für A1 und für B kann man die theoretische Prüfung quasi in einem machen, dass dort alle Fragen gleichzeitig gelistet werden. Die Fragen für den normalen Führerschein sind 30 Fragen, die drankommen. Und für A1 sind dann nochmal irgendwie 10 Fragen, irgendwie sowas noch mit dabei. Also insgesamt irgendwie 40 Fragen musste ich beantworten, die ich richtig haben musste. Und ich saß dann da damals beim TÜV und habe dann so gedacht, okay, da waren jetzt ein paar Fragen dabei. Die konnte ich jetzt nicht so gut, aber okay, geben wir mal ab. Ich war übrigens auch schon der Einzige in dem Raum. Ich glaube, da waren irgendwelche 30 Leute noch andere, also irgendwelche anderen Leute, die noch Führerschein gemacht haben. Und ich halt, ja. Und ich war der Letzte im Raum. Alle anderen davor hatten schon abgegeben, so gut wie alle ungefähr auch bestanden, ja. Und ich war der Letzte. Ich bin eigentlich immer der Letzte bei einem Test, sage ich mal, ja. Egal, ob es ein Vokabeltest ist, Klausur, keine Ahnung, ganz normale Arbeit. Ich bin immer wirklich der Letzte, der abgibt, jetzt ohne Scheiß. Ich zögere das wirklich bis zum Schluss hinaus. Ich verstehe auch nicht, wie man vor der Zeit irgendwie abgeben kann. Ich checke es einfach nicht, ja. Denn ich lerne auch eigentlich immer für Arbeiten. Und deswegen denke ich mir dann so, ja, aber das hast du dir jetzt schon ins Gehirn geprügelt, ja. Jetzt musst du es auch versuchen, alles abzurufen, ja. Und das kann ich gar nicht mit meinem Gewissen irgendwie so in Einklang bringen, dass ich denn da vorher abgebe. Und dann quasi sage, ja, okay, mehr weiß ich nicht. Denn ich habe das ja schon mal im Gehirn gehabt. Ich muss es ja irgendwie nur abrufen können, so auf den, ja. Und deswegen bin ich wirklich immer der Letzte, der die Arbeit abgibt. Und so war es nicht anders bei der Theorieprüfung. Und ich habe dann auf den Button geklickt, wo dann drauf steht halt Abgabe und, ja, Ergebnisanzeigen. Und dann stand da oben, bestanden, neun Fehler gemacht und höchstens darf man zehn machen. Ich dachte so, huh. Und dann gucke ich weiter runter. Ich habe nur den A1-Führerschein bestanden und den B nicht. Und ich dachte mir dann so, jetzt habe ich das Ernste umsonst quasi gemacht. Das muss ich quasi nochmal zum TÜV, denn ich habe ja gerade diese beiden Führerscheine gleichzeitig gemacht, damit ich quasi nur einmal zur Theoretischen hin muss und fertig bin, ja. Dass ich dann nicht nochmal irgendwie mehr Geld bezahlen muss oder was weiß ich. Es war also auch absolut Nonsens. Aber ja, ein paar Wochen später habe ich dann halt, ja, dann noch für B den Führerschein geschafft. Und, ja, dann hatte ich Theorie soweit fertig. Ich war dann auch schon mittlerweile für den A1-Führerschein, ja, fertig angemeldet, sodass ich halt die praktische Prüfung immer noch machen kann. Und dann wurde mir ein Prüfplatz relativ am Ende des Jahres schon fast, ja, gegeben. Ich habe deswegen auch sogar extra, bin ich extra nicht zur Schule gegangen, weil ich dachte mir so, ja, irgendwie war die Prüfung, glaube ich, um neun, ne, nicht um neun, irgendwie um zehn oder um elf oder irgendwie sowas. Und es wäre irgendwie schon irgendwie hart unnötig gewesen, wäre ich da jetzt noch zur Schule gegangen, weil ich hätte ja eh die ganze Zeit dann an die Prüfung gedacht, ja, und mich nicht auf den Unterricht konzentriert. Und ich bin halt extrem aufgeregt, was solche Sachen betrifft, müsst ihr wissen, ja. Und ich habe dann da noch die ganze Zeit gelernt und gedacht so, ja, daran musst du denken, daran musst du denken, daran musst du denken. Und ich war so voll und ich dachte so wirklich so, du bist nachher der glücklichste Mensch der Welt, wenn du es heute bestehst, weil dann hast du schon mal einen Führerschein safe, ja, dann hast du den wirklich safe, dann können die dir gar nichts, dicker. Wenn du A1 hast, du bist trotzdem noch mobil, scheiß auf B, scheiß auf BE, du kannst trotzdem mobil sein, ja. Und ich bin dann mit meinem Fahrlehrer halt zum TÜV gefahren und wir wollten halt die Prüfung starten so ungefähr. Und dann meinte der Prüfer zu mir, nein, es tut mir leid, aber es ist genau ein Grad zu kalt. Es war genau ein verfickter Grad zu kalt. Denn das war halt irgendwie im November 2015 oder so, ich glaube Anfang oder irgendwie sowas Mitte. Und danach wird halt immer nur schlechteres Wetter und man kann die Prüfung A1 technisch nicht mehr machen. Das heißt, es war einer der letzten Termine überhaupt in diesem Jahr und ich hätte dann quasi bis März oder sowas jetzt warten müssen, ja. Und der Prüfer meinte dann so, also der nächste Termin wäre dann ja irgendwie in drei, vier Monaten oder sowas, wenn wieder besseres Wetter ist oder so. Und ich stand dann da so und ich dann so. Ohne scheiß, Digga, ich dachte, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ohne scheiß, Leute, ich war so ein Sad Boy, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Denn wisst ihr, ihr möchtet euch einfach mal in meine Lage versetzen, ja. Ihr habt keinen Führerschein und das nicht, weil ihr verkackt habt oder so, sondern weil ihr einfach gar keine Chance hattet, den zu machen. Und dafür solltet ihr dann auch noch bis nächstes Jahr warten, so, und ihr habt das nicht safe und es ist einfach nicht eure Schuld, ja. Das war in dem Moment und auch danach irgendwie so heftig belastend, so, und im Endeffekt ist es allerdings noch gut gegangen. Der ist nämlich so, äh, ja, ein Prüfplatz quasi in letzter Minute noch frei geworden, irgendwie eine Woche oder sowas später. Und dann hat mich mein Fahrlehrer angerufen und hat gesagt, jo, komm vorbei, in zwei Stunden ist deine Prüfung. Und dann bin ich losgefahren und, äh, ja, hab bestanden. Und dann dachte ich mir, ach, boom, wow. Und ja, der ganz normale B-Führerschein war eigentlich auch ganz, ja, eigentlich ganz chillig, so, also hat Spaß gemacht, so, und den hab ich eigentlich ganz gut bestanden. Und jetzt hatte ich halt am Dienstag meine letzte Prüfung in BE, halt mit Anhänger dran, und das war eigentlich die entspannteste Prüfung. Der Prüfer war nett und war eigentlich ganz entspannte Stimmung und so, und, äh, ja, ich bin so froh, dass ich endlich fertig bin. Denn das hat jetzt, glaub ich, fast ein Jahr oder sowas gedauert, halt immer zur Fahrerschule, und ja, an dem Samstag hast du keine Zeit und was weiß ich, und jetzt kann ich natürlich viel mehr YouTube-Videos machen. Aber es war auch irgendwie schon vorprogrammiert, dass diese Prüfung hier gut werden soll, denn mein Karma war sowas von aufgefüllt, sag ich mal. Denn wir haben am Dienstag auch ein paar Noten besprochen in der Schule, und es war wirklich fast immer so, dass die Lehrer mir, also, die standen fast immer zwischen einer Note, ja? Also, ich geb euch mal ein Beispiel, ja? Der eine Lehrer meinte nämlich zu mir, in der einen Klausur hast du 13 Punkte geschrieben, in der anderen hast du 3 Punkte geschrieben. Ich, ich weiß, frag mich nicht, wie ich das gemacht hab. Aber es ist so, wäre vom Durchschnitt ja 8 Punkte, ne glatte 3. Für so eine komische Ausarbeitung, da hab ich auch eine 3 bekommen, also hat er gesagt, jo, das wird eine glatte 3. Und ich denk so, okay, also, äh, 8 Punkte sind das denn ja, ne? Also, falls ihr euch nicht mit Punkten oder sowas irgendwie sowas auskennt, also 8 Punkte sind quasi halt eine glatte 3, 9 Punkte wär 3 plus, und, äh, 7 Punkte wär halt 3 minus. Sprich, 8 Punkte, ne glatte, normale 3. Und er denn so, ja, ja, und dann wusste ich schon, okay, das werden dann, denk ich mal, doch 7 Punkte. Aber ich lass mich mal überraschen, was er im Endeffekt eingetragen hat, und, pfff, wenn es 7 Punkte sind, dann... ...wein ich halt! Und solche ähnlichen Sachen sind wir halt den ganzen Schultag eigentlich überpassiert. Und deswegen war mein Karma so heftig negativ, sag ich mal, aufgelandet, dass jetzt einfach irgendwas Positives ja auch kommen muss, alter. Also, ja, ich hab alle meine Führerscheine geschafft. Ich hoffe, ich muss nie wieder irgendwie eine Fahrprüfung oder sowas machen. Außer vielleicht, wenn ich mal irgendwie ein größeres Motorrad oder sowas fahren will, aber ich hoffe mal, das war's für mich. Also, falls ihr gerade selber Führerschein macht, beziehungsweise auch irgendwie kurz vor der Prüfung oder sowas seid, dann denkt daran, Leute, dieser Idiot, der nichts in Call of Duty trifft, hat 3 Stück gemacht. Also, ja, ich hab jetzt insgesamt einen Motorradführerschein, wofür ich kein Motorrad hab, einen Autoführerschein, wofür ich kein Auto hab, und einen Anhängerführerschein, für den ich keinen Anhänger hab. Aber theoretisch kann ich alles fahren. Jetzt müsst ihr nur noch über meine Amazon Reflex einkaufen, und dann bin ich auch offiziell mobil, meine Freunde. Könnt ihr euch so ein Charlie-Mobil vorstellen? Nein, ist nicht cool, ist nicht cool, okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung, gar kein Ding. Übrigens habe ich in diesem Video jetzt auch gerade irgendwo eine kleine Effektdose, entweder in der Facecam, oder ihr ein Video versteckt. Und falls ihr die findet, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wo genau das war. Ich glaube, das baue ich jetzt mal öfters ein, damit ihr auch wirklich mal meine Videos verfolgt. Und ja, good luck, ich löse das auf, wer das zuerst erraten hat, der, äh, ja, der wird in dem nächsten Video gegrüßt. Keine Ahnung, ich lasse mir irgendwas einfallen, und, äh, ja, irgendwo hier war eine Effektflasche. Da hast du sie nicht gesehen, dann würd ich mal schnell zurückspulen. Und ja, das war's von mir, ich hoffe mal, das ganze Video hat euch wie immer gefallen. Gebt einen Like, damit ihr den Führerschein direkt beim ersten Mal auch in der Theorie schafft. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einen Like geben, wenn ihr den Boy hier unterstützen wollt. Auch, auch wenn ihr nicht unterstützen wollt, könnt ihr auch einen Like geben, ist gar kein Ding. Aber vom Prinzip her wisst ihr, denke ich mal. Und naja, das war's von mir, das war's von hier. Zu kalt. Ach, komm. Nein, ich hab keine Zeit. Na, 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 na.